Mensch, ich würde so gerne mal wieder Pfannkuchen essen. Ja, kein Problem. Machen wir halt welche. Du machst die etwa selber? Das ist wirklich kein Aufwand. Und mit was füllst du die? Füllen? Ja, mit Schokolade oder Vanillecreme. Ich bestreiche die. Du schmierst was auf deinen Pfannkuchen. Ja, man kann sie auch belegen. Auch deftig. Mit Käse oder Schinken. Widerlich. Du, nee. Lass mal. Ich kaufe uns welche. Pfannenkuchen fertig kaufen. Das gibt's überall. Meinen wir das Gleiche? Eine Mehlspeise? Ja. Rund. Ja. So 20 Zentimeter Durchmesser und ganz flach? Hä? Nee. Das sind Eierkuchen. Also hier heißen die Pfannenkuchen. Ja, und wie nennst du dann einen Pfannkuchen? So hoch? Mit Füllung eben isst man zu Karneval? Du meinst einen Krapfen? Die isst man hier aber nicht zu Karneval, sondern an Waschen. Ich hab gehört, hier gibt's gleich Berliner. Ja. 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 Vielen Dank.